Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Minecraft, ja ich habe mal wieder heute einen Gast dabei und zwar den Leander. Guten Tag. Ja ich dachte mir, ja wir skypen jetzt nämlich gerade und da dachte ich mir, komm nimmst du Minecraft oder sowas auf. Und ja ohne Musik und wir machen jetzt mal eine kleine Tour. Durch unsere Welt und irgendwie immer wenn, was denn? Du kannst F1 2013 umsonst installieren. Achso Formel 1? Ja. Ja habe ich gesehen. Ist das gut, ich habe das mal gespielt am Mac. Ja das ist glaube ich auch den an Let's Play glaube ich mit. Ja. Mit J. Schleich Werbung. Abwut. Erstmal. Ok. Dann besser nicht. So. Ähm. Achja, ich habe ja das Ding schon ausgemacht, ne? Unseren Vapons zum Haus. Weil wir ja ein Screenshot gemacht haben für ein Thumbnail. Ok. Cool. Ok in die Richtung sind wir also, oder ich glaube in die Richtung sind wir schon gelaufen. Aber, cool. Oh. Ja, ich sollte mal besser erstmal meine Rüstung anziehen. Und wir gehen mal auf Diamantsuche. Und der Part wird jetzt extra lange dauern. Weil ich mache jetzt irgendwie Videos die unter 15 Minuten sind oder auch unter 10 Minuten. Und da dachte ich mir einfach, YOLO machst du halt ne längere Folge. Und ich habe mir vor Minecraft zu kaufen, damit wir auch auf Servern und sowas spielen können. Zum Beispiel von dem auf Gomme oder auf dem Pixel oder sowas. Ender Games, Survivor Games, Games Games, Montagsmaler, Hide and Seek, TTT, TTM meine ich. Ok. Ok. Holz haben wir nicht. Ich würde mal sagen, wir holzen hier einfach den Baum hier ab. Naja, ich glaube das war jetzt gerade ein Versprecher, aber egal. So. Dann hier noch und dann das hier einsammeln. Und wieso leckt das hier jetzt so schmandig? Ok. 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 Dann das, 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 das. Dann haben wir eine Werkbank. So. Lol, das sieht hier aus wie ein Kreuz. Ah, habe ich auch noch nicht gesehen. Als ob das irgendjemand jetzt so gebaut hat. Ich glaube hier liegt jemand drunter. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Das sieht jetzt wirklich aus wie so ein Kreuz. Also sozusagen wie so ein Grabstein. Was hat aus? Was hat die Schmott drin? Nein. Oder das sieht so wirklich aus wie so ein Ding ins Totenkreuz sozusagen. Oder wie so ein Minecraft-Skin, könnte man sagen. Das sind halt dann die Arme, das ist da hinten so der Kopf und das sind halt die Beine. Aber egal, wir wollen hier jetzt nicht 20 Minuten stehen und darüber reden, was das sein soll. Hier sehen wir ein... Niemand weiß es genau. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was das sein soll. Schreibt es jetzt in die Kommentare, was das sein könnte. Genau, und schreibt jetzt in die Kommentare, was ich spielen soll. Survival Games oder Ender Games? So. Oder Rush? Wir machen hier jetzt wieder 20 Minuten eine Bootstour. Oh nein, ich spiele Ender Games. Und es leckt gerade und es leckt und es leckt immer noch. Ey, darf ich kommentieren, was passiert, weil das mache ich automatisch. Ja. Ich glaube, in das Wasser hat jemand gepinkelt, deswegen sieht es auch so grün aus im Sumpfwasser. Oh, weg. Und ich brauche unbedingt einen Shader. Ja, da brauchst du aber besseren PC, wenn das Minecraft ruckelt. Nee, jetzt ruckelt es gerade gar nicht, aber vorhin hat es halt geruckelt. So, vorhin. So, YOLO. Siehst du mit 32x32 oder 64x64? 64x64 müsste das sein. Ah, okay. Ja. Nein, ich kaufe nichts von MacAve. Weg. Ja, das sieht auch richtig stylisch aus, Leute. Achtet. Oh, scheiße. Egal. Die können wir uns bei uns zu Hause anpflanzen. Und ich bin hier jetzt in so einer scheiß Welt, wo nix ist. Ach man. Oh, ich bin drin. Das war's bei Ender Games, echt. Da steht ja mal, du versuchst, den Zeruhrer beizutreten und dann wirst du von irgendeinem via P.E. kickt. Was auf jeden Fall viel mehr Ender Games da war, geben. Ja. Na. Dann hast du schon mal in Ender Games gespielt? Nee. Und jetzt packt die Lobby rum. Hier sitzt man ja nicht mit. Da, da. Och man. Ich dachte, das wäre so eine scheiß Höhle. Hier wurde ich wieder von einem VIP gekickt. Mann. Anscheinend mögen die dich nicht. Nee, die VIPs sind einfach on-mast. Die sollen die bei ihrer Premium-Lobby spielen. Ja. Ich fahr' mich eigentlich, was passiert, wenn nur Premiums in einer Lobby sind und ein Premium kommt, der die rauskickt. Werden die dann gekickt oder nicht? I don't know. Ah, jetzt haben wir Pilzsuppen. Ach ja, und ich hab' noch was zu erzählen. Und zwar waren wir heute mit der, ähm, Schule. Ja, das erzähl' ich jetzt hier mal. Und zwar waren wir heute mit der Schule. Ja, Lernda muss schon lachen. Und zwar waren wir heute mit der Schule bei der Bogestra. Ich hab' mich wohl gekickt. Mann. Ja, jetzt sag mal leise. Ich möchte hier was erzählen. Und zwar waren wir heute mit der Schule bei der Bogestra. Hallo. Prost. Ja. So, da haben wir uns das mal ein bisschen so angeguckt, ne. So, dann haben wir da auch so Jobs erfahren, was es da so gibt. Was gab's denn noch mal alles? Äh, ich hab' das... Ja, genau. Büro machen, irgendwas mit Zeichnen, irgendwas mit Lackieren. Ja, genau. Büro... Äh, Bürokaufmann und Frau und sowas. Ich wurde gekickt, alter. Oder, ne, das heißt hier jetzt nicht mehr Dingens, ne. Bürokaufmann, sondern Büromanagement, ne. Nein, genau. Ich hab' ich ja auch geglaubt. Auf jeden Fall haben wir da dann ein bisschen so umgeguckt. Ein bisschen. Er hat uns zwei Stunden von dem Beruf erzielt, ne. What the fuck, nein! Okay. Äh. Hast du überhaupt überlebt? Ja, klar. Ich hab' ja ne Rüstung an, die schon fast kaputt ist. Oh. Na, ne Eisenrüstung. Ich weiß, was man richtig geil wäre, ne Holzrüstung. Auf, ja, ne Holzrüstung, ey. Wenn wir so holzrüstung, ich holzrüstung, was los? Und mal, ich bin natürlich wieder voll verpackt. Ja, und dann, äh, waren wir halt in so'n Raum, der sah eigentlich richtig geil aus. Ja, der Raum war echt richtig. Ja. Und zwar der Tisch war so viereckig, könnte man, also so wie ein Rechteck jetzt, könnte man sagen. Ich glaub, drei Tische so, ja, hoch und dann halt einfach wie ein Rechteck, sag ich jetzt mal so. Mann, ich wurde gekickt. Alter. Jetzt schnell rein. Ich will da auch noch spielen. Und wir haben da auch Essen bekommen. Und zwar, erstmal hatten wir nur Getränke, und zwar hatten wir da Apfelsaft, mal kurz Schleichwerbung machen. Orangensaft und drei Flaschen, ähm. Wasser, das war, ähm. Mineralwasser. Ich kenne die Wassermarke. Nein, das war nur ganz bestimmte Wasser. Na, nicht, hallo, nicht Schleichwerbung machen, nicht Schleichwerbung hier machen für die Marke. Was soll ich nehmen? Bogenschütze, Holzfehler, Jäger oder Barbare? Ist mir egal. Und, äh, nachher, auch man, ähm, haben wir Essen bekommen, und zwar Currywurst. Sehr geil, auf jeden Fall. Ist besser als, oh fuck, zu Hause oder sowas. Ach, äh, im Restaurant oder sowas. Ich stimme umbuckelt ohne Ende bei mir. Und zwar war das Essen nämlich umsonst. Ja. Ja. Okay, das sag ich jetzt besser an ich. Und das Skelett möchte ich uns gerne besuchen. Hallo, Mr. Welche spiele ich als Schuh? Was spielst du denn? Guten Tag, äh, ich spiele auf Schwer. Nein. Okay. Ja. Auf Hardcore. Ohne Witz, ich zitter immer richtig, wenn ich ein Diamantschwert habe. Ein Diamantschwert? Ich zitter jetzt schon in der Lobby. Ganz ehrlich. Alter, ich hab hier sche... Ja, okay, geht lieber besser weg, ey. Ich hab für euch nix hier zu geben. Weg. Verpiss dich mit deinem scheiß roten Auge. Ja, Auge. Ich wurde noch nicht gekickt. Weg. Verpiss dich. Guck mich nicht so dumm an. Geht doch. Ach, jetzt willst du... Ah, jetzt willst du einbrechen, ne? Ja, nee, doch nicht. Ja, geh an das andere Fenster. Komm, wir beobachten jetzt die ganze Zeit den... Nein. Achte, Alter, ey, du musst später dir das Video anschauen, wenn das oben ist, ey. Das Skelett geht einfach die ganze Zeit um mein Haus, ne? Erst war es da hinten, wo der Creeper ist, und jetzt ist er hier. Der stalkt nicht die ganze Zeit. Ohne Witz ist es noch... Ich zitter jetzt schon. Wir sind in der Lobby und ich zittere einfach. Ja, hier, Achtung, ich hab ja auch nen Bogen. Hier. Bam. Ich will nicht zitteren, ich mach das nicht. Verpiss dich. Wünsch mir viel Glück. Okay, Leute, sollen wir rausgehen? Ich hab... Hallo? Hallo? Gehste mal da weg den Weg. Die... Die... Nein, nein! Boah, zum Glück nicht mein Haus, also zum Glück nicht mein Haus, ey. Das machst du da? Ich kämpfe gerade gegen die... hier. Creepers. Einerseits schon explodiert. Da bist du... Ey, du Scheiße, all das. Ey, ich verfluche dich. Mann, ich hab nichts bekommen. Scheiße, Mama. Alter, pass auf, ey, gleich kommt deine Mutter wirklich irgendwie, ich hab keine Lust, es dann rauszupiepen. Äh, wer? Ja. Ich bin Jäger und ich hab ein Holzschwert, ein Steinschwert und ich mach die alle kaputt. Oh, Mann, ich hab jetzt die ganze Zeit so ne Melodie im Kopf von Broken Thumbs. Schleichwerbung. Ja. Ich hab die ganze Zeit diese Musik von... diesen komischen Lied von Dings. Und es hängt. Es hängt. Ich hasse Minecraft, wenn es hängt. Bei 32er Auflösung und Minecraft es hängt. Das kann doch nicht sein. Und ich hab Holz. Oh ja. Ich kann mein Eisenschwert machen. Nice. Ah, jetzt können wir schlafen. Jetzt können wir schlafen. Du blöde Stück Scheiße. Scheiße. Ich hab den... Ich hab den... Ich hab den Stamm gesetzt, den ich abbauen wollte. Ich bin so doof. Ich bin gleich tot. Hasse es. Hasse es. Komm. Eigentlich wollten wir eine Höhlen-Tour machen, ne? Aber daraus wird ja jetzt, glaub ich, in dieser Folge nix. So nicht. Weil ich ja erstmal den Scheiß hier beseitigen von den Scheiß-Creepern muss. Damit meine Hausfläche schön aussieht. Oh Mann, scheiße, da ist der verschwunden. Hier haben wir noch ein bisschen Brain. Ja, lecker, Brain. Ja. Äh, da ist die Schlucht auf jeden Fall. Da haben wir unser Haus. Mann, ich kann die Kiste wieder nicht öffnen. Gehen wir einfach mal Richtung da. Nein! Nein! Bitte nicht! Bitte hörte mich nicht! Bitte nicht! Bitte! Ach du! Du hast keine PvP-Skills, ne? Ja, wie sollst du denn bitte spielen, wenn es ruckelt? Brauche ich einen neuen PC. Mit dem Bildschirm kann ich einfach nichts spielen, ohne es ruckeln. Ich dachte, ein PC wäre so gut. Ja, aber ich habe ja keine Full-HD-Auflösung auf dem Bildschirm, auf dem PC. Alter! Also der Bildschirm-Laptop und der Laptop, also die Grafik vom Laptop und die Auflösung wird von meiner Grafikkarte auf dem Bildschirm übertragen. Sonst würde es natürlich viel besser laufen, aber nein, wieso auch? Immerhin bin ich nicht der erste Tote, sondern der letzte. Hier liegt ein Tintensack. Oder drei Tintensäcke. Er hat Tinte gesagt. Ja, auf jeden Fall. Lol, er hat Tinte gesagt. Wie krank das einfach wäre. Und Ragequid. Wieso habe ich eigentlich die Sache nicht auch, Mann? Aber jetzt bin ich rush. Schöne knackere Runde, rush. Ich brauche mal ein neues Schwert. Und ich brauche Diamanten. Ach ja, ich erinnere mich noch an die zweite Folge. Aha, hier haben wir noch eine Schlucht. Wie wäre es, wenn wir die... Okay, hier haben wir auf jeden Fall viel Eisen. Was ist da? Eisen. Boah, was gibt es denn hier so alles? Ey, wo ist der Unterschied zwischen Gun Game und... Achso, Eier Gun Game ist geil aus. Das spiele ich mal. Eier. Eier. Wenn ich mich jetzt nicht irre, geht es da noch weiter. Ja. Dann würde ich sagen, setzen wir uns hier in Waypoint, und zwar Canyon 2. Oha. Direkt reinkommen, bevor die Runde beginnt. Nein. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Dann kennst du Gun Game? Wir spielen Highjacker. Ja. Ich kenne Gun Game. Ach, man hat nicht getötet. Gut. Dreckiger Hund, dicker. Ey, keine Schimpfviertel in meinen Videos. Das ist ja keine Beleidigung, Hund. Doch. Ja. Ja, du hast es ja zu einer Person gesagt, oder? Ja, nein, das war ein Hund, der mich angegriffen hat. Aha, ja. Ach man, die machen Team. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht normal. Highjacket sieht zwar richtig geil aus, aber... Das sind auch nicht die PvP-Skills von mir. Ach man. Ich kann mit Axt nicht spielen. Hör auf, mich zu schlagen. Ich hab die nichts getan. Geh weg. Geh weg. Ich werd weg. Ich mag euch nicht. Wartet, ich beleuchte euch. Ach, äh, ich mach ein bisschen mal hell. Ja, ich hatte First Hit. Ich gewinne. Gewinne. Ich hatte First Hit. Wie viel Schaden macht denn so einen Kack? Och, drei Schaden, ey. Kasse war auf jeden Fall. Ja, komm, greif mich an. Och man, ich hab fast den ersten Kill geschafft. So schlecht im Gun Game, man. So. Ich sag dir, wenn ich neun PC, ähm. Dann töt ich den Typen hier. Ich hab den Typen getötet. Siehst du, ich hab neun PC. Krass. Nein. Erzähl mir mehr davon. Nein. Aha, da, da, Leute. Ja, wir haben. Och man, wenn es nicht so scheiße legen würde, ey. Was soll ich denn sagen? Sag irgendwas, unterhalte meine, ach, meine Zuschauer. Das mach ich gerne. Ja. Ich bin hier so lange in der Höhle und versuch mich hier rauszugraben aus dieser Scheiße hier. Grad, wo ich hier reingefallen bin. Hä? Der hat sich ausgelockt, oder? Ja, nee. Hm, Glitch einfach weg. Ist klar. Der, der ist runtergefallen. Ja, ich hab ein Schwert, endlich. Endlich. Aha, hier. Leute, wir haben eine Höhle gefunden. Mama, Mama! Scheiße. Och komm. Spawnglip, trap mich doch nicht, du. Bring mich gleich selbst um in dem Spiel. Ich wünsche, das würde nicht ruckeln. Ich glaube, ich fliege gleich auf einem anderen Bildschirm, dann würde es ja nicht ruckeln, ey. Äh, komm, box mich, box mich, box mich, okay, ich tote mich selbst, danke. Ich tote mich selbst. Mach das mal. Ach man, der hat trotzdem die Punkte bekommen, würde ich mich selbst gekehlt, doch. Ich sammle hier mal die Kohle ein. Wie verwirrend ist denn das bitte aufgebaut? Im Spiel kann man hier raus springen. Nein! Ich bin von der Lava umzingelt. Ha, Lava, du kannst mich mal. Heutzweise. Ne, links, rechts, oben, unten. Oh, this is my Cadillac, this is my shit. Nein! Oh, fuck. Nein, oh nein. Okay, Leute, wir sterben, wir sterben, wir sterben, wir sterben, wir sterben. Viel Glück, viel Glück, viel Glück. Leck meine Syphilis, Alter. Syphilis? Was ist das für ein Wort? Nein! Okay. Leute, wir sind die Besten, wir wurden in die Luft gesprengt von einem scheiß Creeper. Und dann würde ich auch sagen, ich wollte ja eigentlich einen 20 Minuten Part machen, aber da wir jetzt hier gestorben sind, beende ich jetzt hier auch die Aufnahme. Doch, ich beende jetzt die Aufnahme. Dann würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschau. Sagt Tschüss. Tschüss.